Willkommen auf dem Kanal von Oneserskillers mit Morgi und Loris Hey hey LL Raylo und ja, ich bin zu starten und hab einfach nur diesen Kack hier gebaut Dann hier oben über Dachen, ist das sozusagen der kleine Vorraum, so ein Open Air, wisst ihr Bescheid? Oder? Schreibt meine Freunde? Ah, es gibt leider bei der Action noch nicht, dass man so machen kann, also in verschiedenen Farben sozusagen Schade, aber egal Oder Loris, das ist echt schade Ich hab's nur aufs PC gezockt Oh, doch, sorry Das ist ja auch ein scheiß Opfer Gut, Mann, Geht Ja So Loris ist ein ganz schöner Knecht Wer das so findet, schreibt in die Kommentare Lor mit 4 Os Hä, wo war das nochmal? Äh, achso mit Minecraft, genau, wer Minecraft mitzockt Schreibt Loris mit 4 Os in die Gruppe Schon harzig, aber egal Ein Näschen läuft Ah, das sieht verkackt aus, das mach ich weg Das will ich wissen, das will ich wissen Ja, oder? Das interessiert euch Ja, gut Oh, Mann, ey Das kann ich mein geiles, mein geiles Wasser Gut Nein, was mach ich denn, Alter? Bin ich denn dumm? Jetzt geht los, besuchen Traurig Ach, sonst Nimm Feuerzeug mit Ja, ja, hab ich Gut, am Start, Alter Mann, warum so wenig, Alter? Ich hab so viel Sand, ja? Ah, okay Stinks hat nicht gereicht, die Kohle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Perfekt So Gut, ne, Alter, hau ab Mann, ey, ich brauch Glas Ich zerstör dein Mann Piss dich, Alter Was macht denn Marge wieder? Alter, ne? Was hat er gemacht? Hat er so einen Brand gesteckt? Ah, ich komme auch gleich mal rüber Ey, verpiss dich aus meiner Höhle Das ist mein Revier hier Darf ich dich auch umbringen Ne Was ist hier am heiligen Baum? Alter, was ist denn das hier? Oh, wenn ich hier ständig runterfalle Tja, ich würd's ziemlich feiern, wenn du hier verweckst, Alter Dann kann ich mir das ganze Zeug rühren Alter, Roar, was ist denn los mit dir, Alter? Wie er einfach an der Höhle ankupfert, ja? Ist schon dreistig Ich nehm mir mal hier ein bisschen Gravel mit, ne? Was seid ihr denn für Spaß, Alter? Wir müssen so beide in mein Haus kommen, weil sie selber nichts haben Ey, Alter, Junge Ey, ist doch so Ne, ich brauch nur Ich brauch nur ein bisschen Gravel Ich brauch nur ein bisschen Gravel Ja Ist kein Ding, Alter Kein Ding Wie mag ihr nicht einfach Loris Höhle ausbeuten, Alter? Ich feier's grad'n bisschen Ja, Knut, verpiss dich da mal, Alter Du bist auch so ein Spasti Gib ihm Erz und der will mir meins klauen Richtig, der Mongo Mal, Knut, verpiss dich da, Alter Los, ich krieg da ein paar Karotten, oder? Na Ich weiß genau, wie viel Karotten da drin waren Ja, 17 17 hattest du, glaub ich Los, ich geh mir Ja, hier sind 18 drin, halt die Fresse, du Hey, ohne Witz Ich hab's doch auf Aufnahme Ich hab nichts genommen Kannst ja nachgucken Ich kann's ja nachgucken So Wie spät ist es eigentlich? Oh, geht voll Da hast du scheiß Kohle drin, Alter, du Hurensohn Du, Irrensohn Komm doch mit rein, du Hast du mich beleidigt? Aber du wusstest Scheißknecht Man, jetzt kann ich nicht mal mehr sprinten, Alter Meine Essensvorräte, ne Die sind so am Arsch Einfach nur Oh, was, ey Alter, Luca Mir fehlt ein Weizen, du Hurensohn Nala Loris Du kassierst gleich so ne harte Schelle Mir fehlt ein Weizen Ich hab nichts gemacht Knut Ey, guck dir mal Er lacht doch Ich hab kein Weizen Ja, 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 ja Ne, wirklich nicht Ich hab nur getrollt Knut, ich hab vorhin ein Foto von meinen Vorräten Gemacht Hartzig Bevor ich weggegangen bin, weil ich wusste, irgendwas kommt eh weg Ja Gut, aber los Ich hab's, ich hab's, ich kann hier gerne die Aufnahme Nein, ich tötte wieder ein Tier Ich kann hier gerne die Aufnahme nach dem Aufnehmen schicken Das ist mir egal, ich tötte ja ein Tier von ihm Ja, das ist mir egal, kannst du gerne machen Mann, ich hab nichts geklaut, hier, du kriegst einen Weizen wieder, obwohl ich sie gar nicht geklaut habe Ja, 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 Marke Ja, ja, ja Nur weil er kein Krieg haben will, weil er weiß, dass er eh verliert Ja, auf jeden Fall Wie frech der ist Ja, komm her, komm her, komm her Nein Ja Ja Ja, 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 ja Ich will dir auch eine Chance lassen Ja, okay Ich will dir auch eine Chance lassen Danke, du bist wieder sozial Ja, komm, Creeper, spring den heiligen Baum in die Luft Wehe Oh, das wird knapp Nein, bist du behindert? Also du bist locker 50 Meter davon entfernt, ey Ja, ich weiß Ganz schöner Vogelbischte Also ziemlich feierlich, wenn die echt so einen richtig krassen Krater machen würden Nein, Alter Das wird ziemlich heftig Nicht im Dorf Und natürlich, meine Freunde, werden wir dann auch natürlich Ah, ne, Tuti, was kann man denn sein? Ganz weit Wir werden natürlich alles hier besiedeln Wir werden auch mal nach da hinten gehen, nach da hin, nach da hin Also wir werden sozusagen die ganze Welt, ähm, durchstöbern, sozusagen Ey, will man mit mir im Nether? Hä? Will man mit mir in Nether, Nether wartzen? Ja, ich komm Ja, ja Hä, du kannst Erstmal brauchen wir leider Unsidien Ah, fuck it Ja Lugar, du hast auf, kannst du drei Diamanten entbehren? Hm, ja, aber noch nicht jetzt Lugar und ich Nether wartzen Nein, das machen wir später Du musst es doch eh machen Ja, das machen wir aber später Ja, okay Lugar nimmt ja auf, das hätte ja keinen Wert Wer, hätte ja keinen Sinn Die Zuschauer wollen was sehen, meine Freunde Äh, so nicht Ich glaube, ich weiß schon, was ich mache Ich mache einfach so schön Hier so ein Untergeschoss, so ganz normal Gar nicht so breit, eher so in die Länge gezogen Und dann einfach noch schön mit dem zweiten Stock Wo so ein schöner Balkon ist und sowas Wo man schön auf die, äh, Kreatur starren kann Die Maki da grad macht Oder was auch immer das ist Oder sagen wir einfach mal auf das Gebilde Ey, ich brauche nicht jetzt schon eure richtigen Häuser Ja, warum nicht, Alter Nein, nein, nicht direkt richtiges Haus Einfach nur so ein bisschen Ey, Junge, ich scheiß da grad drauf Das wird eh richtig Du gammelst nur rum Wie ein Po taufen Ja, wissen wir doch Ich bringe mir den letzten Spielern mit dem Gumbler Ah, der Gumbler, ey Ah, Mann Wie viele Abonnenten hat er? Hä, was willst du? Ich versäug dir nicht Der hat gar keinen Kanal, oder? Der hat nicht meinen Kanal, oder? Der hat nicht meinen Kanal, oder? Oh, sehr traurig Der Gumbler hat keinen Kanal Nein Nein, warum sollte? Warte Ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Der Gumbler 0815 Feierlicher, Junge So Hey, Loris, Alter Ich verstehe aber gerade deine Logik Der hat dir nicht glaubt Ja, oder? Dann lacht er noch so behindert Ja, oder? Mit seiner räudigen Hackfresse Ach, Loris Ach, Loris Hast du die allergrößer Ach, Loris Ach, Loris Ach, Loris Mach die scheiße aus Was ist das denn? Oh, was ist das denn? Wie mache ich das jetzt? Erstmal ganz normal hier hoch Er ist einfach mal die Nubige Minecraft Taktik, aber Das wird natürlich dann noch besser gemacht So, wie lange haben wir schon? 9 Minuten 15 Geht auf jeden Fall noch Ach so, ja, natürlich wenn jetzt irgendwer zufällig was in die Kommentare schreibt Können wir jetzt natürlich jetzt dann noch nicht sehen, weil wir nehmen Krass im Voraus auf Ich glaub wir haben jetzt Ähm Ich glaub das ist die neunte oder achte oder zehnte Folge Keine Ahnung Und die haben wir halt hintereinander aufgenommen, weil es einfach krass Bock macht und wir halt Zeit haben Und deshalb, wenn zum Beispiel jemand jetzt irgendwie uns anschreibt oder so Okay, ich muss ein bisschen länger machen, denn ich will ein etwas längeres Dings Ah ne, ist okay Ne, ja doch länger Etwas längeres Dings? Geil Ich wusste, dass darauf jemand antwortet, ne? Ich wusste es einfach Naja, egal, so, äh Also wie gesagt, äh, wir nehmen halt im Voraus auf, deshalb kommen die Kommentare, die ihr dann eventuell schreibt, in späteren Folgen dran Wir werden wahrscheinlich auf jedes einzelne eingehen Ähm Na, weil wir auch so viele Kommentare kriegen Ja, deshalb, ja, deshalb werden wir auf jedes einzelne eingehen Wenn du gar nicht in eine Einstellung reingehst, dann kann das nichts werden Ja, oder? Das ist schade Ich kenn unsere Zuschauer, die schreiben da viel rein Hey Loris, äh, auch nur am Herzen Der Bengel, ey Das ist schon so Was der da viel Scheiße labert, ne? Ich kenn nur unsere Zuschauer Ich kenn wahrscheinlich alle unsere Zuschauerpersönlich weiter Ja Stimmt So ist das armseilig Ah, Mensch So, mein Freund, ne? Ich kann viele Namen aufzählen, ne? Ja, ey, Marge Ich glaube, ich beende jetzt mal die Folge Weil die anderen Folgen waren jetzt sehr lang und ich glaube, jetzt machen wir mal eine etwas kürzere Äh, trotzdem hoffen wir, dass sie euch gefallen hat Ähm, und ja Dann lasst konstruktive Kritik da Schreibt Kommentare in die Kommentarbox, meine Freunde Und dann schreibt euch Marge auch zurück Der kennt euch ja alle persönlich, ne? Und ja, bis dahin Haut da rein Ciao Dann lasst konstruktive Kritik da Schreibt Kommentare in die Kommentarbox, meine Freunde Und dann schreibt euch Marge auch zurück Der kennt euch ja alle persönlich, ne? Und ja, bis dahin Haut da rein Ciao Ciao